Guten Tag. Guten Tag. Wir möchten Sie herzlich willkommen heißen. Ich bin die Pflegedienstleitung. Wir freuen uns sehr. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Guten Tag. Herzlich willkommen im Köhlergrund. Nein, ich möchte das auf die traditionelle Weise machen. Namaste. Kommen Sie aus Indien? Ich denke. Grüß Gott. Grüß Gott. Namaste. Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig.